Du bist jetzt im besten Eishockey-Alter. Wie weit soll es für dich noch hinführen in deiner Karriere? Wie weit, das kann ich nicht sagen. Ich bin jetzt noch zwei Jahre im Vertrag in Nambri. Mir gefällt es zu spielen. Ich bin glücklich mit ihm. Die nächsten zwei Jahre bin ich mal Sam und dann schauen wir weiter, wie es dir gefallen hat, nach den zwei Jahren weiter zu spielen. Du giltst als einer der besten Eishockey-Spieler Südtirols. Hast du vielleicht einen kleinen Tipp für die Nachwuchsspieler von uns im Land, das auch so weit zu schaffen wie du? Ein Tipp. Ich glaube, jeder junge Spiel muss hart arbeiten. Jedes Mal, auch wenn man auf Eis geht, muss man alles kriegen. Und auch ein bisschen mehr vielleicht, wenn man noch etwas Knochen-Training macht oder vor dem Training, auch wie früher Sam ist. Und ja, die kleine Zeiten macht, die helfen dann auch wieder besser zu werden. Und dann glaube ich, ich finde es gut.